Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meister-Architekten und meinen guten Freunden, Frank. Frank! Frank! Dixie! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Ich verblute hier! Wir warten wieder los und schneiden! Wir sprengen! Du scheiße! Du … Jor wird zu bonnet sein! Nee! Du scheiße! Frank, ist wir in Japan? Bitte schnell! Herr Scheiß! Es soll nur einer sagen, wir sind für das Versuch.